Menschen kaufen Emotionen. Emotionen entscheiden auch bei Erklärvideos. Wer auch schon mal eine endlos lange Gebrauchsanweisung gelesen und nicht begriffen hat, weiss was ich meine. Wenn aber Ihre Kunden Ihres Produkts oder Dienstleistungen einfach verstehen, fühlen sie sich wohl. Sie stehen zu Ihnen und empfehlen Sie gerne weiter. Wenn auch Sie weiterempfohlen werden, dann fragen Sie mich doch einfach, wie wir das miteinander machen können. Mein Name ist Bernhard Seifert und ich freue mich auf Sie.